Je länger je lieber, sein oder nicht sein, je länger je lieber. Oh, da lügst du mir aber was zu sagen. Je länger je lieber, sagt meine Frau. Ja, dann meint sie sicherlich Zeit. Und wie war das dann mit der Susi? Sie hat gesagt, ich muss mich öffnen. Sie hat gesagt, wenn ich nicht aufmache, dann spürt sie mich nicht. Sie hat so gern was gespürt. Entschuldigung Kinder, ich dachte nur, ihr könnt euch was zum Trinken. Ich freu mich zu, dass du einen Freund hast. Grüß dich! Ja, danke. Sie hat gesagt, wollt ihr was zum Knappern haben? Danke, Frau Mayer. Ich stelle eine Musik. So. Wir gehen schon ab. Wir müssen ganz dringend. Wir auch. Ich bin irgendwie total aus der Stimmung. So. So. Fangen wir mal durch. Nein! Das ist so lustig. Das ist so eng, hat mich ja... Los! Der Koffer! Der Koffer? Der Koffer. Der Koffer. Das ist so lustig. Der Koffer. Der Koffer. Der Koffer. Der Koffer. Sounds like a song. Ich bin nicht schlecht, ich schau nur unten im Bau, so, wo mir hängt es echt nur. Am Koffer unten bin ich so gern, es macht mir echt Spaß. Das Koffer, das ist nicht so klein, wisst ihr was? Zeig doch einfach alle Koffer, Koffer passt eigentlich fein. Lasst uns alle Koffer, 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 Koffer sein. Das Koffer, 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 Koffer. Wir haben die Schichtg Nadar hier selbst getan. Hallo Pfarrer! Hallo Beichtstuhl! Es ist so schön einmal, dass wir zu zweit reden können. Ich habe keine Kandidaten momentan zu bieten, nein. Hallo? Beichtstuhl? Ja. Ja, ähm... Hallo. Jetzt mal unter uns Pfarrer. Wie geht es Ihnen eigentlich um den Beruf so? Ach ja, man lebt so einiges. Also, mehr so in der Fantasie. Du bist die Fantasie des Pfarrers. Pfarrer, muss so viel Sünden besser sein. Ich werde dich von deinen Sünden befreien. Muss ich da irgendwas machen? Mach dich frei vor Gott! Und dann zieh dich so, wie du bist. Als ein kleines Mädchen unter der Dusche. Also, gibt es jedenfalls ein Kostüm? Machst du jetzt, oder wie? Nein, wenig. Also ohne Platz. Okay. Wollen wir jetzt da hinsetzen oder sollen wir jetzt da hinsetzen? Na, Ente, du. Süße kleine Ente. Komm mal her. Du. Super. Ente. Wo bist du? Du bist nicht Papa? Austausch. Ich bin Mama. Lass die Ente. Ich bin Mama. Ich bin Mama. Ich bin Mama. Ich bin Mama.